so leute willkommen zu diesem live commentary wir spielen herrschaft 6 gegen 6 auf combine nicht mit der m8 wir spielen mit der icr 6 5 4 3 2 1 let's go ok wir gehen direkt zu b direkt zu b direkt zu b ein paar capture kills kann da kommt direkt einer bestimmt hier links kein capture bekommen weil nein der hinterläuft und so nicht ehrlich ich gehe jetzt hier nicht auf nuklear ich will einfach ein bisschen bashen und das soll eher so ein info video sein sag ich mal weil ich jetzt wieder bock habe mehr zu videos zu produzieren und ja also wird mehr zeit habe ich nicht wirklich aber ich habe wieder mehr lust wie er wusste dass ich da bin und mich überraschen wollte der lappen let's go fifa videos werden auch wieder kommen aber im moment bin ich eher so meiner suchtphase also ich bin gerade richtig in der suchtphase wie in black ops 2 damals also echt unglaublich ich spiele gerade übelst auf leveln und auf prestiges und so auf was bitte nicht sterben ich habe meinen geist gleich orbit orbit haben wir auch schön kom 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 an der wand ja da ist kommt kommt doch die ja auch gott ich sterbe und auf jeden fall ja habe ich jetzt keinen bock mich zu zwingen fifa zu spielen weil ich hauptsächlich fifa bringe und da habe ich echt gar keinen bock drauf deswegen ob ich die spawn trappe das waren die gleichen auch immer schon wieder wer er hat 8 zu 10 aber ist positiv gegen mich er hat vier kills das bin ich also vier von seinen acht naja fifa videos kommen auf jeden fall noch aber ja wie gesagt ich bin gerade echt nur am cod suchten das betone ich jetzt immer wieder weil die spiel macht einfach richtig fahren ohne scheiß alter ich bin nee es macht also aw und groß war der größte scheiß die habe ich eine woche richtig gesucht wird nicht mal groß vielleicht ein bisschen länger sogar aber aww war der größte scheiß das habe ich eine woche gespielt dann wieder meine playstation gelegt wie gesagt bio 3 vor allem suz als team so einer sechs mann party alter mit seinen kumpels das macht so viel spaß das schon wieder dieser mt mp typ der mich die ganze zeit tötet ich sterbe jetzt nicht fünf punkte vor meinem geist und da ist der geist gnadenlos ok kommt jetzt kämpfen 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 den geist einsetzen auf den orbit schwitzen da sind meine teammates ich kämpfe in der ecke da muss doch einer jetzt kommen und mein blitzschlag macht den orbit wo war der scheiße alter scheiß drauf egal ist jetzt nicht mein geist komm geist aber der ist tot die geilen mein geist auf rein dir du elender was hat ich dachte er wäre gestorben das war nur ein drohnen assist oder ein geist abschluss ich weiß nicht genau scheiße ich kämpfe jetzt hier scheiß drauf ich kämpfe jetzt hier kämpfe jetzt hier genau so machen wir das mein weg weg ihr weg wieder kurz vor geist und da ist er geist sind beide da oben im gang alter sind beide über mir ich weiß es du elender lappen was ist das für eine waffe alter was ist eine waffe richtig gut oh was geist einsetzen das hinein alter die sense ist so op leute spielt alle die sense guckt euch das mal an die haben einfach gar keine chance guckt euch das mal an leute nein kurz vor meinem geist geister 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 spielt auf jeden fall die sense die ist so scheiße op oh mein gott was der lebt doch der geiler ist nicht mal eine drohne und auch der geirat auch fakiert alter was mache ich denn da komm let's go ein paar kills will ich noch oh ne das spiel ist vorbei ne ich hab nicht mal last kill die kamera ist wieder aus die kamera ist wieder aus nein naja leute bewerten und kommentieren nicht vergessen was das war endscore 57 zu 10 jetzt nicht so extrem gut aber auch nicht so schlecht soll ja auch nur ein infovideo sein wenn ihr sowas öfter sehen wollte also live commentaries das ist so auf nuclear schwitze oder irgendwie nuklear mit jedem sturmgewehr oder irgendwie sowas dann naja keine ahnung was soll man sagen habe ich schon bewerten und kommentieren nicht vergessen gesagt keine ahnung auf jeden fall tschw nein 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 neiin